Er hat noch vier hier, das ist ja echt ein Witz. Was machst du da? Rum, rum, hocken. Das ist echt so so. Fleischleiter, das blendet den doch, ne? Ja, das packen wir auch mal drauf. Das wird uns bestimmt nützliche Dienste erweisen. So, komm, 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 komm. Oh, ja. Oh, fuck, der Schrotflintentyp. Der Schrotflintentyp. Mann, oh, Mann, oh, Mann. Toad, jetzt stehen wir alle hier oben aus dem Team noch. Das ist natürlich auch lustig, ja, einer doch. So, das war's mit dem. Okay, dann packen wir noch ein Extended Clip dran. Mit extra Money. Jetzt haben wir 35 Schuss am Start. Dadadadadada. Ey, das ist jetzt schon ein bisschen grenzwertig. Ah, fuck. Ah, mann. Ja, Schrotfilmser, sag ich dir mal mal. Die nehm ich einfach mal. Spare ich noch auf, 2018 grad. Am Anfang ist es noch ein bisschen gut. Ach, wir haben da, der sind ja noch einen. Ne, jetzt killt ihr noch mal. Ja, was kriegt ihr denn noch hin? Ich krieg den nicht mehr so viel, der hat so viel. Wollte ich auch sagen. So. Und los. Ich glaub, sie kommen die Ecke. Was im Sommer kommen muss. Hier hat sich keiner mehr die Zeug geblieben. So, ich würde dies mal einigermaßen gut. Oh, Mann, jetzt ist das Bunny, ne? Könnt' ich... Könnt' ich katzen. Gut, dann haben wir noch einen. Was macht der... ...mit da eine Ecke rum? Und das war's mit dem. Wie ist das, was ich jetzt mal mache? Äh, brauchen wir noch mal diese eine Box. Hier, ne? Hier, stell ich mich einfach mal rein. Ne, hier ist noch besser. Sollte der sterben. Okay, jetzt könnt ihr schon mal... Ach! Haben wir noch einen Besuch. Könnt' ich ab. Wollen wir mal nicht hier wegfallen? So, unten mal nicht. Okay, da oben haben wir einen von denen. Geht, ja. Okay, das ist... Okay. Da ist aber noch einer. Dank dem Pfeudern kann ich jetzt nicht mehr genau, wo wir stehen. Oh. Auch nett. So, und jetzt müssen wir einigermaßen acht geben. Ah, fack. Was ist denn? Bist du schon tot? Da ist auch noch einer. Ja, okay, das war jetzt auch irgendwo klar. Ja, geht doch. Genau, den da hinten kriegen. Das können wir da jetzt dran bauen. Ähm. Das. Das. Und Reflex-Side. Ähm. Mächle, vielleicht sollst du mal in die Richtung laufen. Jetzt kommen. Ja, der ist da hinten. Ach, da. Ja. Und dann diese Leute, die nicht nachhalten, mit so einem Schutz oder so drinnen. Ja. So. Wunderbar. Ja. 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 Vielen Dank.